Der Gewindenachschneider für Außengewinde arbeitet im Bereich von M4 bis M45 sowohl bei rechts als auch links Gewinden. Auch Zollgrößen sind kein Problem, da sich die Schneiden beziehungsweise der Durchmesser stufenlos anpassen lässt. Durch die Breite der Backen und auch der Schneiden wird das Werkzeug gut auf dem Gewinde geführt und kann unabhängig der Position auf dem Gewinde angesetzt werden.